Dafür bin ich noch viel zu schlecht. Siehst du, ich schaffe ja kaum so Runden. Wie soll ich da Rank jetzt schaffen? Unmöglich. Für mich geht es mir um Spaß, nicht um wer ist der Beste oder so. Das juckt mich nicht. Ich will Spaß haben. Echt schnell, Echt. Hüble, die Kiste. Die Kiste ist auf einmal weg. Ein bisschen Action hier. Aufstehen, Jungs. Seid ihr jetzt wach? Boah, Digga, was hier Loot? Was haben die gemacht? Hey, Digga, die haben alles weggelootet, Schweine. Nein, doch nicht. Da ist er noch ein bisschen. Oh, blau. Hey, spring raus, ihr Maniac. Ihr Maniacs. Was soll die Matros? Gleich jetzt schon so. Nein. oh ne, die wollen schon wieder in die Scheiße rein kritische, kritische so macht man das immer rauf auf die Olle shit, ich glaube das sind jetzt echte gewesen, oder? ne, bot schmutz ich habe die Schläge geplündert, oder? 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 Hmm. 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 Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Das war's. 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 Das war's.